Als irgendwie der Mensch auf uns zukommt und meinte so Okay, ihr spielt jetzt eine Europatour nächstes Jahr Da dachte ich erstmal, das ist der Hammer Das Klima ist hier so geil, die Leute verstehen sich gut Der Rhythmus stimmt, jeder hat irgendwie seine Aufgabe Und jeder ist auch glücklich damit und das beruft so Ich muss sagen, wir haben eine geile Zeit Und die Tour hat irgendwie schön angefangen Und wir hatten ganz, ganz tolle Konzerte bis jetzt Noch keine Riesenpannen bis jetzt gehabt Bill hat einmal ein bisschen die Tage vertauscht Und Tom ist einmal die Gitarre ausgefallen Aber sonst war alles super Wenn ich da stehe und ich weiß, ich muss gleich hoch Dann ist es meistens so, dass ich eigentlich nochmal den Text durchgehen will Aber mir fällt komplett gar nichts mehr ein Also was man auf keinen Fall machen darf Ist zehn Sekunden vor der Show Auf keinen Fall nochmal drüber nachdenken, was man spielen muss Ich darf das auch nicht Ich darf nicht nochmal den Text durchgehen Weil dann wäre ich total nervös Und bringe alles durcheinander Ich als Gitarrist halt natürlich alles zusammen Und das funktioniert von daher ganz gut Man fühlt sich hier zu Hause Man hat viel Spaß Und ich glaube, das ist das Wichtige auf der Tour Und darum bin ich sehr glücklich Die Konzerte waren sensationell Die Konzerte waren sensationell Die Konzerte waren sensationell Die Konzerte kriegt nix auf der Reihe Der Sänger ist wie immer fertig Der Klang Roger Also angefangen hat es in Prag, das weiß ich Dann war mal Osthaber, Bratislava, Warschau Ähm Scheiße Prag Wien Kempten Budapest Zürich Paris Nancy war glaube ich Was kam danach? Warte, 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 warte Ich hab's gleich Stuttgart, München, Nürnberg Berlin Leipzig Wie man sieht Wird jetzt hier abgebaut Wir haben ja hier geprobt Die letzten Tage Und jetzt ist es soweit Morgen geht's los Morgen spielen wir erstmal in Prag Ne, wir sind echt tierisch nervös alle Aber guck mal, die Bühne sieht ja echt geil aus Ja Klar Durch diese ganzen Eindrücke kommt man einfach auf total viele Ideen Das ist irgendwie eine ganz inspirierende und auch glaube ich auch sehr kreative Zeit Wir sind heute in Warschau, ich hab extrem scheiße gepennt Ich glaub bis halb fünf wach Unfassbar Ey, ich konnte nicht einpennen Kenn ich, weil manchmal, manchmal macht man sich einfach so viele Gedanken, dann zwingt man sich anzuschlafen Und dann geht's gar nicht mehr Geht einfach nicht mehr Und dann war man so heiß Und dann geht das Fenster nicht auf Und dann muss ich die Klimaanlage anmachen Dann hatte ich Halsschmerzen Und ey, zum Kotzen Ich hab's aber auch ne Mimose Einfach so zum Kotzen, ey Der Bus ist total geil Wir haben auch noch große, große Betten drinne mit Fernseher und so weiter DVD-Player Wir haben über 200 DVDs an Bord Ich bin da echt zufrieden mit Und ich find, das ist echt ein schöner Bus Und wir haben irgendwie hier eine schöne Zeit zusammen Das Problem ist halt, es ist sehr eng Also ich hab mich heute auch schon mit ein paar Leuten gestritten Und ich hab auch schon irgendwie mit der Band mich so ein bisschen gestritten Das passiert auch Jeder kann irgendwie zur Not immer in sein Bett gehen Den Vorhang zumachen Und dann wissen auch alle So, den lass ich jetzt mal in Ruhe Georg duscht Gustav auch ab und zu Und von daher geht das Also wir gehen uns noch nicht so auf den Sack Also Leute Wir sind hier Backstage Es sind noch 35 Minuten Ihr merkt ja, ich kann lachen Wenn ich das sage Und die hier sind total gechillt Die machen sich überhaupt keinen Plan alle Ich bin so eine Mischung aus aufgeregt und müde Bist das so Also zu einer Routine ist es noch nicht geworden Es ist halt jedes Mal in einer anderen Halle Man spielt zwar die gleiche Setlist Aber es ist halt immer so, dass man halt so Eine bestimmte Verbindung immer aufbauen muss zur Halle Muss man ja echt wissen, wo kann man zu welchem Song wo stehen Weil nicht mal, dass man da mal so ein Blech irgendwie auf den Kopf kriegt Und das ist der letzte Schaar Ja, ich war am besten heute So, den lieben wir auch Töte? Ich war am besten Es gab gerade Platin und Gold Auch das neue Album Gold aus alte Platin Also die Fans singen halt komplett irgendwie das ganze Album mit Ich kann es mir echt schwer vorstellen, aber man sieht das Wir kommen aus dem Hotel raus Und die sprechen Deutsch mit uns Also die haben so einen süßen Akzent dann noch dabei, aber die können das Also Bill ist ja der Sänger, ne? Und da prate auch immer mit rum Er ist ja der Frontmann und so weiter Und da haben wir natürlich auch gesagt Okay, alles klar, du bist der Frontmann Du musst dann was sagen auf, äh, Ungarisch, ne? Ich spreche in petit Francais Attention, ich heiße Bill Ich finde das immer, äh, ganz, ganz freundlich, wenn man in ein anderes Land kommt Und man kann dann irgendwie ein paar Sätze oder ein paar Wörter wenigstens in der Sprache sagen Und da hat er sich da immer so ein bisschen was angeeignet Also Polnisch, was war das nochmal? Ah, Ahoy, Waschawa war das, genau Ich bin auf natürlich Französisch, wie gesagt, da kann ich den anderen immer noch ein bisschen was beibringen Es ist total viel passiert und wir waren in so vielen Ländern und, äh, aber es kommt mir vor, als wenn wir gerade erst angefangen haben Auch das 계속 weiter Oder jetzt wäre das gonna Protection, du kannst 그래도 masch anderer S Ela und Stad Dys und Haute Dress